so hallo ich begrüße euch zu einer weiteren runde fortnight einfach so ich habe den schwert kampfen modus gestartet aber ich glaube wir werden nachher noch normale runde bzw nennen der dingsrunde spielen hier gruppenkeile runde ich brauche gerade einfach ein bisschen ablenkung und da habe ich mir gedacht dann kann ich genauso gut auch eine runde fortnight aufnehmen weil warum nicht so wir sind doch direkt im spiel sehr schön gut wir fahren wir fliegen tatsächlich direkt darüber wo ich hin möchte gerne ist jetzt wieder die frage ich mag die ecke ich könnte auch direkt zu dem dinge aber ich wollte eigentlich den kugler ja immer mitnehmen ja ich komme sogar nicht hin ja jetzt komme ich darüber sehr gut fix 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 habe ich die zeit ja ich kann ich eigentlich da steht zwei aber wenn ich zwei drücke wechsle ich gar nicht zu der waffe ach so ich hatte die waffe schon deswegen ok würde auf dem weg liegen sehr schön oder hat jemand schon die kiste aus ich habe ich zwei mal dann kann ich das auch so machen interessant da lag die eine waffe einfach mal so die ist auch noch nicht genutzt hoch Hier ist diesmal keine. Da ist auch keine. Da muss ich auf da oben hoffen. Aber ich höre nix. Na. Aber es muss nix heißen. Hoppala. Sieht man was? Ah, ich seh's einfach nicht. Ach, komm schon jetzt. Zieh dich doch vernünftig da hoch. Nicht so. Nicht so. Dankeschön. Oh, es ist nichts. Na gut. Da gehen wir. Jetzt hab ich nichts gebraucht. Ist jetzt hier irgendwo ein Ausgang offen. Aber so langsam wird es hier gleich kritisch. Dankeschön. falsche Richtung. Macht aber nix. Die wär auch mal noch irgendwann ne Truhe, oder? Ist egal. Ist ja wurscht. Wir können ihn dann auch über das Schwert suchen. Oder wir gehen einfach mal nicht nach dem Schwert. Das wär. Ups. Äh. Dankeschön. Das wär jetzt gar nicht so gut gewesen. Nach da hoch können wir jetzt mal. Die waren wir schon mal ne? Hier wurde einer getötet. Von da oben potenziell. Aber ich bin noch nicht im Wind. Hier bin ich noch gar nicht im sicheren Knie, ne? Aber potenziell gleich. Ich will nur mal kurz da reingucken. Hier ja doch meistens... Nein? Keine Truhe? Na gut. Oh, das da oben ist sogar potenziell sicheres Gebiet. Oh. Ja, nö, lass mal. Ja, 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 ja. Wie gesagt, lass mal. Hoppala. Hm. Da muss ich mich ja mal hier ganz schnell verabschieden, Freunde. Kein Bedarf. Mist. Oh, ist bestimmt auch schon jemand gewesen. Ich geh ihn trotzdem mal hoch. Äh. Jo. Hier ist nischt mehr zu holen. Was war eigentlich? Cool. Nützt mir das was? Nö. Ah. Oh, das war... ...gar nicht mal so klug. Keine neue Munition oder so. Gut, wir hätten's ja auch mitgenommen. Ja, dann gehen wir... Aha! Ich hab mein Schwert gefunden. Oh, ich glaub da hat noch jemand anderes sein Schwert gefunden. Oh, da hat sich jemand das Schwert geholt, ne? Auch interessant. Ah. Hm, ich überleg gerade, ob ich mal kurz snipern soll. ... ... ... ... ... ... ... ... War nicht so gut jetzt. Schade, dass ich den nicht mehr erwischt habe. Wo sie... Müssen wir doch sehen eigentlich, so ein paar, ne? Hä? Wieso stand er jetzt eliminiert? Ich hab jetzt gar nichts gemacht. Ach, verdammt. Oh Gott! Ich muss da außen rum. Jetzt bin ich nicht sicher. Hier bin ich mir sicher ein Gebiet, aber... Oh, shit. Nein! Ah, das hätte so ein schöner Treffer sein können. Mist! Einen von denen kriege ich doch wohl. Leider, schade. Einen Schuss noch. Ach, verdammt. Ja, das war's dann damit. Bin ich halt nicht so... Bin ich halt nicht so... Nicht so sehr... Oh, mein Gott! Tschau! Ah, verdammt! Ach, verdammt! Kann ich ihn mal ganz kurz? Ey, da... Ich hatte die Zeit! Oh, mein Gott! Äh, ja. Das, ähm... Das, ähm... Geht jetzt nicht so gut. Wo ist der denn? Da irgendwo her. Da oben! Oh, mein Gott. Komme ich damit besser? Damit kann ich besser zurechtkommen. Ah! Oh, nein. Ich muss ja gleich wieder wandern. Ich bin ja nicht im richtigen Gebiet. Ja, okay. Mist. Moment, wo laufe ich denn hin? Ich muss... Hä? Ich muss in die Richtung, ne? Oh, Mist. Aber waren die nicht gerade in der anderen? Heißt das, das zieht sich... Ah, das zieht sich da zusammen. Oh, verdammt! Da oben geht's ab. Das heißt aber auch, man könnte von da oben gesnipert werden jetzt. Oh, ich höre da was. Haben wir die Zeit? Ja. Was ist das denn? Granatenwerfer. Haben wir Granaten? Acht Stück. Ja, cool. Kann man ja mal... Ähm. Ähm. Wait. Nein, ich will nicht bauen. Ich will... ...das da. Das ist jetzt halt alles ungünstig. Das ist jetzt gerade alles etwas ungünstig. Es ist kompliziert. Na ja, da komm ich jetzt nicht ran. Oh, verflucht. Das spielt sich halt alles da oben ab. Oh no. Oh no. Und da wo ich bin, da wird's jetzt weitergehen. In dem Bereich. Da geht's gleich weiter. Ja, so kann ich überhaupt nix. So gewinne ich keinen Blumentopf. Da ist einer mit seinem... Hä? Ne, das bringt nix. Das bringt nix da zu schießen. Damit mach ich nur auf mich aufmerksam. Das ist blöd. Wait, wo ist das blaue Ding? Das muss hier jetzt irgendwo gleich landen. Ne, es ist noch nicht gelandet. Ah, egal. Oder es ist im Baum. Kann auch sein. Egal. Jetzt müssen sie hierher kommen. Nicht gut. Ich will hier nix... Da drüben sind auch welche. Ist das da drü... Oh no. Oh no. Oh no. Komm ich da rüber? Habe ich die Zeit? Abflug. Geht das ins Gebiet rein? Das bleibt im Gebiet. Nice. Grad so. Ich hab halt nicht allzu viel Munition auf. Oh mein Gott. Hi. Ups. Da bin ich ein bisschen erschrocken. Schauen wir mal, ob der gewinnt. Ah, der ist mit dem Ultime, aber okay. Okay. Das war's für mich. Schwert gegen Schwert jetzt hier. Äh, ich hab keinen Überblick. Null Überblick so. Wow. Oh, die kriegt er, die kriegt er. Der ist da. Ja. Nice. Oh, aber jetzt wird's kritisch, jetzt wird's kritisch. Der ist dauernd. Und damit haben die anderen gewonnen. Okay, die sind aber auch im Team. Drei Leute. Alles klar. So. Ich hab eine Eliminierung. Zwei Assists. Andere war das eine Assist wahrscheinlich. Alles klar. Verstanden. Die, die eine Eliminierung war der Snipe. Mh. 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 Mir fehlt es ja eh komplett an den Grund-Skills, was schnelles Wechseln und so angeht. Das sehe ich bei jedem, egal wo ich mal kurz Fortnite zuschaue, ob es jetzt ein Montana Black ist oder sonst wer, wie schnell die immer wechseln und alles. Und auch beim Bauen, allein beim Bauen schon zwischen den Teilen, wie schnell die da hoch wechseln. Das ist alles faszinierend. Also wirklich, kann ich nicht, aber macht nix. Die spielen halt auch schon deutlich länger. Und die Zeit habe ich nicht, logischerweise. Wenn man das nur als Hobby macht, dann dauert das halt ne Weile. Man kann hier gar nicht sterben, ne? Ist auch interessant. Kann man halt nicht. Dann fährt das Ding da jetzt los. Ich hab dich auch lieb. Okay. So, wenn wir schon über dem Schneegebiet sind, dann geh ich meine Standardroute jetzt. Ich hab jetzt ne Standardroute, find ich gut. Ich mag meine Standardroute. Das ist allerdings nicht so ganz vom Weg her das, wo ich hin will. Aber ist okay. Das kommt nicht klar. Das ist mal ein Anfang. Halt, falsch, falsche Reihenfolge. Erst die zwei. Ich lerne. I'm a slow learner. What I learn. So. Stacken die? Die stacken weiter. Dann nehmen wir halt mal ein paar Granaten mit. Ich werde zwar wahrscheinlich das Verhauen mit den Granaten, aber hey. Okay. Grüne Waffe muss nicht sein. Nice. Das ist doch schon mal ein guter Start. Dann haben wir hier unseren Kugler. Kommen also damit es los geht gleich ins Gebiet. Jetzt gucke ich noch kurz hier oben hin. So. Alles, was ich nicht erwarte, ist ein Schwert. Das kann es jetzt nämlich gar nicht mehr geben. Was haben wir hier? Taktisches Sturmgewehr. Ist das... Wovon haben wir mehr Munition? Oder haben wir das schon? Ah, da haben wir mehr Munition. Dann würde ich... Würde ich das jetzt einfach mal bevorzugen. Ich weiß nicht, ob es das Bessere ist, aber... Davon haben wir mehr Munition. Insofern ist das gerade meine Wahl. Einfach aufgrund der Anzahl der Munition. So, da unten ist die andere Käste mit Glück. Abgeprallt. Jawohl. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Das ist auch die... Aber die habe ich schon, ne? Das ist die hier. Nur ich habe die ja schon in Orange. Und eine Schatten... Aber die werde ich halt nicht... Ich werde die halt nicht... Wann soll ich die denn einsetzen? Ich werde da wieder nicht den richtigen Moment erwischen und dann ist es eh Quatsch. So, aber das jetzt in... Lila ist besser, ne? Genau. Dann haben wir hier noch ein bisschen Munition. 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 Nice. Sehr schöne... Sehr, sehr schöne Voraussetzungen erst mal. Wir brauchen hier ja echt viel Munition. Dann können wir uns auch ein bisschen rein... Tümmeln in... In... Wenn es... Wenn es dann... Zur Sache geht. Sehr schön. Das ist ein... Ich bleib dabei, das ist eine echt schöne Route, die man da abgehen kann. Ich bleib da dabei. Ich mag die Route. Sonst kann ich da oben noch in die Kiste gucken. Hier einmal die Munition mitnehmen. Auch wenn es jetzt viel Shotgun-Munition ist, die ich gar nicht habe aktuell. Oh mein Gott! Habe ich gar nicht gesehen. Hilfe! Huch! Habe ich... Ich habe gedacht, wir haben noch Zeit. Huch! Das ist ja ungünstig. Zum Glück ist es diesmal die langsamen Zone. Da kommen wir relativ schnell raus. So. Und der Rest macht, wenn wir... Glück haben, der Windkanal! Das ist ja gar nicht mal so gut. No! Ach! Ach, komm schon. Nice! Nein, falsche Richtung! Oh, das geht zur Seite. Das ist ja gar nicht mal so gut. Dann müssen wir doch in die Richtung weiter. Äh... Aber zum Glück zieht er uns doch kaum was ab. Das bisschen... Das bisschen Grün, was wir da verloren haben. Die 20 Stück. Das ist ja eh mit einem Schuss weg. Bin ja eh mit einem Schuss drohen. Allessens. Passt das schon. Üff! So. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen Speed. Jawohl. Und ein Baum vorbei wollte ich eigentlich. Aber hey. Wer ist das denn jetzt noch? Mensch, das Kind. Ah, jetzt komme ich da zu dem... Zu dem... Was ist denn jetzt los? So, wie weit ist das jetzt noch? Da drüben ist das... Ah! Muss ich jetzt da hoch? Diesen ganzen Berg da hoch. Auf. Wenn die Zone nicht den Berg steigen muss... Sie kann einfach weiterfahren. Muss ich den Berg steigen. Frech. Aber es geht. Mit Googler geht das alles ja nicht. Recht easy. Großer Googler-Fan. Jawohl. Und wir sind im Gebiet. Noice. Tschüss, Googler. War cool mit dir. So. Oh. Von wo denn? Ach, von da unten. Wo treff ich den denn nicht? Wo er mich... Frech. Was ist der denn jetzt hin? Die sind alle von uns. Dann sind wir im Vulkan. Also diesmal am Kämpfen hauptsächlich, ja? Ich dachte, das wäre einer. War keiner. Da hat ein Pfeil drauf. Der hat auch ein Pfeil drauf. Hm. Da oben sind bestimmt auch noch welche. Aber ich sehe keine im Moment. Das war knapp. Das war knapp. Was. Man soll mir recht sein, wenn der von uns war. Aber... Ja? Ich hätte jetzt halt schön überraschen können. Wo sind denn welche von den Gegnern? Hier müssten doch nicht alle überall... Oh, ein Sturmdreherr! Den müsste ich allein schon, um ihn mal zu zeigen, mitnehmen. Dann kluckern wir das jetzt mal runter hier. Nehmen den Sturmdreherr mit. Neuer Content. Yay. Aber wo sind die Gegner? Ja gut, das Ding ist ein bisschen größer, die Zone. Ja, die ist noch ziemlich groß sogar. Okay, die ist noch ziemlich groß. Die könnten halt echt noch überall sein. Hallo, stehst du wieder auf? Dankeschön. Aber wie ist denn das mit der Sturmzone? Man verletzt dann auch seine eigenen Leute, oder? Wenn man dann so einen Sturm zum Beispiel auslöst. Oder? Oder, oder, oder? Ich weiß echt nicht. Das wäre dann eigentlich nicht so cool. Ah, da gibt es auch für uns. Da oben sind welche. Habe ich mir doch gedacht. Nein, mein Freund. Ach, verdammt. Der hat einen E-Ein-Erletzt und jetzt mich auch noch. Schade. Schade, den wollte ich eigentlich mir nehmen. Den hole ich mir. Da oben baut er jetzt schon fleißig. Wait, macht der gerade? Das ist ja auch mal interessant. Das ist halt sein Ernst, ne? Mit Stacheln wieder? Nee, nicht mit Stacheln. Einfach so zugenommen. Sick. Das gibt's doch nicht. Wieso darf ich den nicht? Was ist denn los? Wir alle uns, wir uns alle umgelegt, ne? Aber ich will den, den will ich, den der, der ist jetzt, der ist jetzt ein persönliches Antrieb. Was ist er denn? Aber das, wo ist das Ding jetzt hin? Da drüben. Ah, ist zu weit weg jetzt gerade. Mit einem Ex-Tacheln. Oh. Gesehen. Komm her. Ah, was ist das denn? Ach, komm schon. Aber ich hab ihm abgezogen. Ich hab ihm ordentlich abgezogen. Das sollte passen. Ja, das ist Munitionsverschwendung. Psst. Psst. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ach, hier sind wir jetzt. Ja, genau. Ist in Ordnung. Ist okay. Ja, cool. Da komme ich gut voran. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Der Vulkan ist sogar raus aus dem Gebiet, wo man kämpfen kann. Ist auch okay. Wait, das... Ich wollte gerade sagen, das snipe doch einer. Ich wollte es gerade sagen, aber... Hier ist es gerade im Meer. Psss. Uff. Uff. Ich gehe gerade mal an meinem Kollegen hinterher. Ich weiß, ich habe die Granat noch. Ich will die auch noch einsetzen. Ich habe nur noch nicht so ganz die Verwendung für. Wenn es enger geworden ist, glaube ich, die Fläche. Aber das wird es erst in 10 Minuten. Also, mäh. Wahrscheinlich dann doch nicht. Oh, guck mal. Da hat einer den Sturm-Dings eingesetzt. So sieht das aus. Cool. Wenn ich den Boom-Boom irgendwo sehen würde, würde ich ihn, glaube ich, sogar mitnehmen. Anstatt den Dingen, die ich habe. Aber so ist es aktuell nichts, was ich sage. Und das interessiert mich. Ach, ich darf ihn so nah an den Bildschirm rein. Das geht auf die Augen. Ist nicht gut. Ach, guck mal. Der ist mittlerweile sogar raus aus dem Gebiet. Ja, dann kann man da gar nicht mehr. Schade. War eigentlich eine coole Kampffläche. Wo ist denn da schon wieder einer? Wo ist denn der? Da oben irgendwo. Mist. Ah, Mann. Ich wollte die Plattform kaputt schießen. Aber das ist ja Quatsch. Wir haben ja hier Gruppen keine. Da hat ja jeder seinen Schirm 50-fach dabei. Das ist ja wirklich Quatsch. Da fällt man ja nicht wirklich. Also hat man auch keine Nachteile dann. Was tue ich denn? Ah, was... Warum laufe ich denn da nicht hoch? Da ist doch gerade einer gelandet. Den wollte ich eigentlich. Das war zumindest der Gedanke. Aber wo ist denn der jetzt hin? Hä, ist da drin einer? Nee. Das tut. Der war von uns. Passt. Oh, wait. Die wurden führen. Ich muss jetzt mich ein bisschen hier... Ach, verdammt. Das tut's doch nicht. 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 Obwohl wir die 16 Blaue sind. Das ist eigentlich für mich voll unfair alles. Für die Gegner von uns. Trotzdem sind die besser. Das will ja was heißen. Damit das wir zum Geschlecht sind. Äh, also wir. Äh, halt ich. Das tut's doch nicht. Nein, schon wieder. Ich werde schon wieder gesnipert. Aber hier kann mich gerade keiner sniperen. Aber da ist eine ganz andere Nähe. Das gefällt mir nicht, das Geräusch. Da. Ach, verdammt. Ich sehne nicht mehr. Oh, nö. Arrrr. Der geht. Ich hab ihm aber mitgegeben. Ich hoffe, das recht ihn jetzt noch. Oh, da ist einer. Nein! Jetzt hab ich ihn gesehen und jetzt ist er wieder weg. Ach, Mist. So ein Käse. Was war das denn? Ist da oben jetzt einer gerade? Nee, ne? Hier oben ist gerade gar nicht so viel oben. Oh. Mmh. Der hat zu mir geguckt. Das hab ich nicht bemerkt. Mist. Ich dachte, ich kann ihn überraschen. Aber er hat mich überrascht. Wo ist er denn jetzt? Der Freund. Oh, was ist... Äh. Da wollte ich nicht rein. Auch niemand. Ähm. Ist das jetzt nicht so cool? Wie komm ich? Kann ich das kaputt machen? Kann ich. Das war gerade unmünstig. Jetzt stü- Oh, das gibt's doch nicht, dass ich den nicht mal einmal erwische. Also erwischt hab ich ihn ja, aber nicht, nicht, nicht halt. Nicht tödlich. Mist. Mensch. So, aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Da unten spielen die ja gerade so viel. Höh! Ich wollte jetzt Granaten anfangen zu werfen. Mano. Ich muss nämlich langsam schicken mit den Granaten. Ansonsten. Jetzt sind die Meerwände gar nichts mehr. So, hier einmal Sturmdreher. Tut mir das auch weh schon, ne? Ja. Also ich hoffe, damit erwische ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Das sind alles nur... Das sind alles unsere... Die nützten wenigstens, die bin ich ja gar nicht... Aber ich hab die Mini-Ger noch überhaupt nicht eingesetzt. Was bin ich denn für ne Nuss? Meine beste Waffe haben wir noch gar nicht genutzt. Voll blöd. Guck mal, da kommt einer. Ich treff halt nichts so. Oh mein Gott. Voll schlecht. Wie schnell die Munition da runter geht. Das ist... Ah! Das ist krass. Verdammt, 146, 187. Nein! Nicht gut. Nicht gut. 148. Ja, das verlieren wir. Ja, das war's. Keine Ahnung. Nein, ich nehme. Ich bin nicht gefallen. Da kommt einer. Schade. War knapp. War knapp. Habe ich mindestens einen Sist oder sowas? Nix habe ich. Zehn Träumer. Toll. Ach, schlechte Runde. Na gut. Aber interessantes Spielfeld hat man so auch noch nicht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und... sage Tschüss. Schade. Schade. Schade.